Oh, jetzt hat er wieder das Messer geworfen. Gott sei Dank kann man die Messer wieder aufsammeln, das ist ja nicht ganz so wunderbar. So. Schaut mal, das ist auch wieder so ein Easter Egg, ne? Oder was heißt Easter Egg? Aber wir haben es ja eben gesehen in Wolfenstein 3D. Dass auch damals schon diese Ritter in dem Schloss positioniert waren. Oh, sammelbares Gold. Nummer 10. Das haben sie hier auch wieder aufgenommen. Cool. Rüstung. Karte, ein Schlüssel. Der ist ja auch diesmal deutlich kleiner als den, den wir in Wolfenstein 3D gefunden haben. Dann packe ich doch die Schallgedämpfte mal wieder raus, oder? Wir sind ja jetzt wieder inkognito unterwegs. Ach, guck mal. Hier hätte ich überall reinschleichen können, ne? Ja, ärgerlich. Ich hätte das bestimmt alles auch leise lösen können. Hätte ich wahrscheinlich eh nie geschafft, aber ich hätte es versuchen können. So war der Versuch sehr kurz. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich hier runter. Oder hier durch. Dafür brauche ich wahrscheinlich auch den Schlüssel. Das ist doch sammelbares Gold. Sehr schön. Fast hätte ich es übersehen. Also, ich lebte im Bett neben diesem Mädchen und... La. Was? Du hast im Bett gelegen. Nicht gelegt. Legen, liegen. Wo ist der Unterschied? Du legst Eier. Du liebst im Bett. Nehme an, du bist kein Vogel, oder? Willst du jetzt die Geschichte hören, oder? Die Sprache richtig zu können ist wichtig. Warum hast du ständig auf jedermanns Grammatik rum? Weil ich an die Erhaltung unserer wunderschönen Sprache glaube. Mit wem ich der warme Reich erfallen. Na, dann erzähl ich die Geschichte eben nicht. Ich sag dir nur, wenn wir... Ach, halt die Klappe! Der Typ, mit dem er sich unterhalten hat. Hä? Der ist aber schnell weg gewesen. Schön auf jeden, klar. Die scheitgedämpfte Knarre ist eigentlich viel zu... viel zu krass. Hä? Wie kann der mich... Wieso war das jetzt Alarm ausgelöst? Beziehungsweise, wieso kam der jetzt angelaufen? Eigentlich hab ich alle... Dieser Geruch, wie in dem Sumpf der Heim bei Johnsons Hof. Tote Pflanzen und modriges Holz. Ich hab doch eigentlich alle leise ausgeschaltet. Ich versteh's nicht. Naja. Vielleicht doch nicht ganz. Ich hatte eine mich irgendwie noch gesehen und... Weiß es nicht. Vielleicht hat er auch die Leiche gesehen. Das war im ersten Teil eigentlich ziemlich egal. Hatte ich zumindest immer so das Gefühl. Dass die da nicht so acht drauf geben, ob da irgendwo einer rumliegt oder nicht. Oh. Das... Lief jetzt nicht so gut. Das ist dann doch eine Etage tiefer, als ich eigentlich wollte. Ja, glaub ich auch, wie du sei. Aber nicht weiter schlimm. So. Mein Messer wieder. Das Schwert hätte ich gern. Wir gehen jetzt nochmal mit den... Ja. Schallgedämpfte brauch ich jetzt nicht im Dual-Wielding. Hatte der Katakomben. Wachen die denn hier, die Spacken? Wieso laufen die hier rum? Ist doch nix. Und tschüss. Und tschüss. Oh nein. Fuck it. Wie cool. Okay, ganz leise war das jetzt nicht. Ich geb's zu. Wer lebt denn noch? Was ist das hier für eine gruselige Kammer? Oder was ist das allgemeine für eine gruselige Katakomben? Ich bin hier. Hallöchen. Und mehr. Kann ich hier runterspringen? Wahrscheinlich nicht, ne? Auf der Karte, wo wir gerade sind. Ah, okay. So, ich wette, hier habe ich jetzt gerade ungefähr 100 Geheimnisse liegen lassen. Hier kann ja überall irgendwas versteckt sein, hier in jeder Ritze. Oh, da spreche ich gerade, davon habe ich schon das erste sammelbare Gold wieder gefunden. So, hier schaue ich mich auch noch kurz um. Das ist irgendeine krasse Waffe, die ich da die ganze Zeit habe, die ich aber nicht benutze. So eine Art Jagdgewehr bestimmt. Vielleicht gleich mal ausprobieren. Wenn wir wieder laut geworden sind und sowieso rumballern müssen. Obere Katakombe. Voll ein Indiana Jones irgendwie die ganze Zeit. So, hier ist bestimmt wieder so eine Wand, oder? Wo ich hochklettern kann. Hier? Ja. Nein, nicht schlagen. Ja, genau. Spinnennetze. Da habe ich jetzt gar nicht so genau drauf geachtet, wie die aussahen. Ich habe welche gesehen, aber... Tschüss. Da ist ein Aufzug. Ah, hier bin ich runtergegangen eben. Alles klar. Ist hier kein Knopf in dem Aufzug? Doch, hier. Aber die kann ich scheinbar nicht benutzen. Ah, okay. Ich soll auch nicht damit fahren, sondern ihn wieder aufbrechen. Man erstmal wissen. Nächste Wand. Was für ein Zufall, dass hier im Aufzugsschacht so eine komische, poröse Wand ist. Dass die Maurer hier nicht so sorgfältig gearbeitet haben. Ja, Offiziere am Start. Aber der war genau über mir, oder? Hi. Tschüss. Ich bin dann so verwinkelt hier mit mehreren Etagen. Nur diesen einen Weg hier. Auf den habe ich früh genug ausgeschaltet. Ich glaube, ja. Da zu hören, der von rechts oder von links kommt. Ich würde sagen, eher von links. So, Offizier ist schon mal tot. Das ist schon mal sehr gut. Keine Verstärkung mehr möglich. So ein Schacht. Upsa. Das war knapp. Interessiert das gar nicht, ne? Dass da einer... Dass da sein Vorgesetzter liegt. Best day of my week so far. Dabei ist erst Montag. Denkt er sich wahrscheinlich. Ach, nö, ne? Ach, das ist so ein Panzer... Panzerspacken, oder was? Heißt diese Musik... Heißt die jetzt... Party, oder? Hier bin ich reingekommen, ne? Ja. Ich glaube, wir haben es geschafft, das... Leise zu lösen. Erste. Artikel, Museum der Verteidigung, Kontinentaleuropas eröffnet kommende Woche. Nach der gescheiterten Invasion der Feindkoalition an der Küste steht unsere Armee nun vor der Eröffnung des ersten Verteidigungsmuseums. Die riesige Anlage erstreckt sich über drei Abschnitte, die durch eine eigene Untergrundbahn miteinander verbunden sind. Angeboten werden Touren durch die Bunkeranlage, Truppenlager und über die Strände selbst. 156.000 feindliche Soldaten starben bei dem Versuch, die Küste zu erstürmen. Lediglich eine Dutzend unserer Helden verlor ihr Leben. Die fehlgeschlagene Invasion wird von der Koalition der Aggressoren im Nachhinein als der letzte Sargnagel auf ihr bereits angeschlagenes Bündnis betrachtet. Über die kurze Bauzeit des Museums bemerkte der Museumsdirektor, es ist ausgleichende Gerechtigkeit. Das Museum wurde von der gefangen genommenen Feinde erbaut. Sie kamen hierher, um unser Land zu vernichten. Doch am Ende bauten sie ein Denkmal in Erinnerung an ihre eigene Niederlage. Hier kann ich zwar durch, aber hier hinten war so ein komisches... Ja, wofür ist das denn? Hier kann ich doch auch runter. Das ist ein Geheimbereich entdeckt. Nice. Oh, sammelbares Gold. Sehr schön. Wie, das war's schon. Naja, aber immerhin. Die Meldung hab ich noch nie bekommen, dass er einen geheimen Bereich entdeckt. Wieder durchsprinten. Cool, er den, äh, das Rohr dann wegnimmt, während er da drunter wegrutscht. Was? Zielfernrohr. Waffenverbesserung für Bombenschuss-Zielfernrohr. Schießt schon einer auf mich. Keinen klassischen Zoom im Sinne von, äh, Dreh mal am Mausrad und der Zoom wird noch größer. Was übrigens mega unrealistisch ist. Kann ja schlecht das Zielfernrohr montieren und irgendwie einen höheren Zoom haben. Ich weiß nicht, warum das in so vielen Spielen implementiert ist. Mit diesen, mit diesen mehreren Zoom-Stufen. Oder gibt es sowas? Vielleicht irgendwie, dass man irgendwie so, ähm, ja, heutzutage gibt's ja einiges. Ich denke mal, vielleicht irgendwie so mechanische, äh, Visiere, wo man, wo die Linsen auseinanderfahren oder zusammenfahren, wenn man drauf drückt. Vielleicht gibt's hier sowas wirklich. Ich weiß es nicht. Ah, okay. Jetzt haben wir den zweiten Hebel gezogen. Na, noch ein Hebel. Ich bin halt einfach so komplett voll. Ich kann nichts mehr tragen. Hallöchen. Schönes Bild. Schade, dass es hier irgendwo im Flur hängt, wo niemand langkommt den ganzen Tag. Ja, wenn er nicht schnell genug ist, äh, beim Durchrutschen, ist der Kopf ab. Das stimmt, wenn er das Rohr wegzieht. Bin ich ja wieder unten. Ach, fuck. Achtung. Was wolltest du sagen? Wird erreicht. Ach komm, machen wir wieder ein bisschen Automatik-Gewehr-Action. Was ist denn der letzte Hebel? Hab ich den irgendwie übersehen? Oder? Hm? Hätte ich hier irgendwo noch einen Hebel ziehen müssen? Hab ich vielleicht irgendwo auf dem Weg einen Hebel vergessen? Da war der eine. Muss irgendwie da rüber. Da hinten hab ich bestimmt den Hebel gar nicht gezogen, oder? Oder doch? Ich weiß es grad nicht. Bin ich da gewesen, als ich da hinten hoch bin? Oder muss ich da noch hin? Ich weiß es grad selber nicht. So, also hier ist die Tür offen. Ah, okay. Die Tür war eben noch nicht... Hä? Ne, die Tür ist zu. Oder muss ich jetzt hier auch... Ne. Ich bin letztes Mal bei dem Boot hier weggefahren. Und da bin ich irgendwie hinten rum. Rein und... Wow. Zum Teufel ist dieser zweite Hebel. Bin ich das ganze Spiel über an diesem einen Hebel vorbeigelaufen und ich muss jetzt wieder den ganzen Weg zurück? Das wäre ja voll mies. Wie weit kommt... Ne, ich kann ja gar nicht ganz zurück. Ich kann ja nur bis hier. Genau. Warte, in dem Moment fällt es mir auch ein. Aber hier komm ich nicht durch. Das einfachste wäre, wenn ich da rüber laufen würde. Das ist ja bestimmt der Hebel. Typen kamen von da hinten irgendwo. Hier. Den Boot kann ich aber auch nicht nochmal weg. Ist vorwärts eingeparkt. Mit dem bin ich nämlich gekommen. Oder muss ich hier... Ne, den Hebel hatte ich ja schon gezogen. So ein Hebel da hinten auch. Vielleicht gibt es hier unten auch irgendwo einen Hebel. Ja, die Wendeltreppen... Die war jetzt gerade nicht so angenehm. Das stimmt. Im Wasser ist der Hebel bestimmt nicht. Der Hebel da oben blinkt aber auch nicht oder so. Ich kann mich aber auch nicht erinnern, den gezogen zu haben. Das ist mal eine ganz andere Sache. Den habe ich nämlich noch nicht gezogen. Ich war noch nicht wieder hier draußen. Meine ich, kann ich mich nicht erinnern. Aber ich komme jetzt auch nicht mehr zurück. Und ich meine, ich war doch da reingekommen, indem ich da hinten lang gefahren bin, oder? Und ich werde ja wohl jetzt nicht da lang schwimmen müssen. Ne, geht auch gar nicht. Das Tor ist zu. Oder muss ich... Muss ich vielleicht gar nicht das Tor öffnen? Öffne das Burgtor. Verstehe ich nicht. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Beim Hauptspiel stand ich auch schon mal bei ein, zwei Situationen irgendwie so wie so ein Holzkopf in der Gegend rum und wusste nicht, wie es weitergeht. Und dann, wenn man es weiß, ist es ganz offensichtlich und klar, aber ist jetzt gerade überhaupt nicht klar, wo es weitergeht. Es gibt eigentlich... Es gibt keinen Eingang in die Burg. Außer diesen hier. Aus dem komme ich. Hier habe ich mich eigentlich jetzt auch genau umgeschaut. Und dass es wirklich keinen weiteren Weg gibt, den ich gehen könnte. Ist auch nichts versteckt oder so. Und hier oben geht es auch nicht weiter. Den Hebel habe ich gezogen. Den Hebel kriege ich auch nicht abgeschossen oder so, dass der sich bewegen würde. Tür kriege ich auch nicht kaputt. Hier ist Feierabend. Hier habe ich das Rohr weggezogen. Verstehe ich nicht. Na gut. Ich würde sagen, ich würde jetzt sowieso den Stream für heute beenden. Zweieinhalb Stunden. Das reicht fürs Erste. Ja, ich muss nochmal nachdenken, wo es hier weitergehen könnte. Ach ja. Okay. Gut. Dann vielen Dank dir, User, dafür, dass du wieder so fleißig dabei warst, so fleißig geschrieben hast. Und auch für die sieben Bits, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja. Und dann würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal, oder ihr auch, die anderen auch, das sind glaube ich gerade ein paar mehr, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid, hier auf Twitch. Und wenn ihr es verpasst habt, gerne auch mal auf YouTube vorbeischauen. Und da gibt es dann die ganzen Streams auch nochmal on demand, zum später anschauen, in Episoden aufgeteilt. Also hier steht, ich weiß nicht, ob, ist das der Marker, wo es lang geht? Dann wäre das ja richtig, dass ich hier runter muss. Aber hier fehlt der einfach komplett. Sobald ich hier bin, sieht man auf der Karte nichts mehr, wo ich hin müsste. Und diese Tür hier, wo es scheinbar ein Gang ist, die ist zu. Da komme ich wahrscheinlich raus. Später dann, wenn ich das zweite Ding geöffnet habe. Folgst du mir gar nicht mehr? Echt nicht? Na dann hol das mal nach. Auf YouTube meinst du jetzt? Folgst du mir nicht mehr? Oder auf Twitch? Sag hallo zu meinem kleinen Freund. Jawohl! Sehr gut. Schäm dich, dass du mich einfach entfolgt hast. Ich bin doch Moderator sogar bei mir. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt vor, wieder öfter zu streamen. Von daher. Mach am besten direkt die Benachrichtigung an, dann auch. Dann siehst du es, falls du es mal auf Twitter verpasst. Oder falls ich mal nicht poste, wenn ich streame. Weißt du direkt Bescheid. Gut. Dann wünsche ich dir, euch noch einen schönen Abend. Einen guten Start in die Woche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao! Headshot Headshot